Herzlich Willkommen zu meiner Kinofilm-Bewertung zu dem Film The Batman. Ich muss ja sagen, im Vorfeld war ich ziemlich gespalten gewesen, was das angeht. Und zwar wegen den Hauptdarstellern Robert Pattinson. Man kennt ihn ja aus Twilight, Shiny, Shiny, Vampir, Blablub, hast nicht gesehen. Aber ich muss sagen, er hat mich als Batman echt überrascht. Er war richtig gut. Also meine ganzen Zweifel waren unbegründet. Interessant war das gewesen. Also als Bruce Wayne fand ich ihn wieder nicht so gut. Dazu komme ich aber später noch. Dann natürlich den Alfred-Charakter, gespielt von Andrew Shirkies. Der sah mir am Anfang ein bisschen zu jung aus. Und da dachte ich, ob das denn so gut ist, den als Alfred zu nehmen. Aber auch der war ein richtig guter Charakter. Der hat richtig Spaß gemacht. Der hat seine richtig typischen Alfred-Charakterzüge auch angenommen und alles. Und im Verlauf des Films fand ich den einfach immer besser. Dann kommen wir zu Jeffrey Wright als Jim Gordon. Die Harmonie zwischen ihm und Robert Pattinson. Traumhaft. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso muss das sein zwischen Jim Gordon und Batman. Jim Gordon musste sogar das ein oder andere mal seinen Kopf hinhalten. Aber alles super. Genauso wie der Look. Schön düster. Der Sound richtig knackig. Powerful. Also hat mir alles richtig gut gefallen. Das waren aber auch die positiven Aspekte. Kommen wir zu den negativen Aspekten. Genauso wie Robert Pattinson mich als Batman überrascht hat und ich ihn gut fand. Fand ich ihn aber als Bruce Wayne nicht so gut. Er war mir als Bruce Wayne ein bisschen zu sehr noch Batman gewesen. So konnte man dieses Doppelleben von ihm gar nicht so empfinden. Auch später, wo er dann wirklich auch mal sein Anwesen verlassen hat als Bruce Wayne. Also er war nicht so als Bruce Wayne. Nee. Hat mir absolut gar nichts gegeben. Was ich noch schlimmer fand, das war das Batmobil. Und dieses Batmotorrad. Das hatte für mich irgendwie gar nichts so Besonderes gehabt. Also da fand ich so diese Batvehicles, die man so aus den älteren Filmen kennt. Zum Beispiel von Ende der 80er, Anfang der 90er. Mit Michael Keaton. Das war für mich ein Batmobil gewesen. Oder jetzt auch von Christopher Nolans Batman-Version. War zwar jetzt auch nicht mehr so ganz Batman-typisch gewesen, aber ich fand es immerhin noch interessant. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber das waren jetzt auch schon so die einzigen Kritikpunkte, die ich an den Filmen habe. Also mein Fazit ist, für drei Stunden, für tatsächlich drei Stunden, muss ich sagen, ja, ist schon lang. Man braucht schon ein bisschen Sitzfleisch. Aber der Film hat ein tolles Erzähltempo, hat Spannung ohne Ende, Action ohne Ende und eine gewisse Härte. Also von daher bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Misst man den Film aber an den Film von Christopher Nolan, muss man sagen, ist der Film definitiv darunter. Und somit würde ich sagen, und somit würde ich sagen, gebe ich dem Film vier von fünf Totenköpfen. Weil einfach da noch so ein bisschen was gefehlt hat und es nicht so eine perfekte Inszenierung war, wie damals bei Christopher Nolan. Also von daher vier von fünf Totenköpfen. Mit vier von fünf Totenköpfen kann man sagen, ist das eine ganz klare Anguck-Empfehlung. Geht in das Kino, eure Wahl, schaut euch den Film an und lasst euch begeistern. Ich habe den Film in IMAX geguckt und muss sagen, auch gerade so Ton, der ein bisschen was von oben kommt und so, hat auch richtig gut gewirkt und alles. Also von daher, klare Anguck-Empfehlung. Schaut euch den Film an und wir sehen uns demnächst wieder zu der nächsten Kinofilm-Bewertung. Denn es steht Jackass, der neue Film, ins Haus und dann werde ich euch darüber auch etwas erzählen. Lasst ein Abo und ein Daumen für diesen Kanal da, damit ihr auch keine neuen Sachen verpasst. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Peace.